hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework und einem neuen test video von mir heute testen wir aus der ultra edition den strammer max oder die strammer max batterie ja kaliber 21 millimeter das ist ja auch mal ganz komisches kaliber ist ja gar nicht so gängig 490 gramm neem 50 schuss soll ganz am 30 meter steighöhe und 30 sekunden brenndauer ja der stramme max wurde von leslie produziert für röder extra ist eine geile batterie ich habe sie ja schon mal gezündet nur wusste ich gar nicht wohin mit der kamera ja und leider stand sie auch ungünstig ja jetzt hat es auch eine neue bauform sie zeigt dann jetzt somit auch wie man warum sie man stellen muss warum man sie stellen muss so mein gott ist los leute ja was kann die batterie silberwirbel aufstieg zu silber bouquets mit blauen stern das ding ist geil leute ich führe euch das noch mal vor gerne und ich bin gespannt ob die qualität gehalten werden konnte oder sogar besser ist oder schlechter ziehen wir uns das ding mal einfach mal rein leute viel spaß beim zusehen das ding ist immer noch geil ne und und ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk